Sandy hat vieles, was sie bisher gesungen hat, so da und mal da, selbst immer geschrieben. Erstmal für uns, und das ist auch eine Premiere gleichzeitig, öffentlich im Fernsehen, bei Showmas und überhaupt, hat sie ein Lied genommen von einem Freund, der Christian Hain heißt, und das präsentiert sie jetzt. Absolut, nehmen Sie mich beim Wort, absolut live. Sandy Reid, give life a chance! Sandy Reid, give life a chance! It will be love of a new kind. Let your sorrows in my hand! Feel it speak and then you'll understand. Give life a chance! And see how marvelous this world can be. It's like a chance So you can dance in the sky of eternity It's like a chance And see how marvelous this world can be It's like a chance So you can dance in the sky of eternity And hear the rhythm of your life I see a light in your eyes That makes me feel a wonder Find out the words that whisper so in me Now all my fear is gone Realize that life has just begun Give life a chance And see how marvelous this world can be Give life a chance So you can dance in the sky of eternity Give life a chance And see how marvelous this world can be Give life a chance Give life a chance So you can dance in the sky of eternity And feel the rhythm of your life All right boys, go ahead So you gotta feel my rhythm The rhythm of my life I can feel your heartbeat The rhythm, 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 rhythm The rhythm of your life Oh, oh, we're ready And the rainbow girl Oh, oh You're ready to dance in the sky of eternity I can't breathe Make me feel Einmal darf man das in der Sendung auch, wenn der Chef zuschaut. Das war toll. Das war doch super. Ich will natürlich nie die Meinung der Kritiker vorwecken. Absolut live. Und wir haben uns ein bisschen Sorgen gemacht, darf ich verraten. Sie war so eifrig bei den Proben dabei, Treppensteiben und so weiter. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann. Doch, bestimmt. Doch, sie hat so einen dicken Verband, eine Bänderdehnung. Siehste, da ist weiß. Ich habe Bauchpremiere. Ich habe das erste Mal keine weißen Socken da. Ich habe schwarze. Ich habe ein bisschen geändert mal. Du weiß und schwarz. Ich muss nichts sagen. Dr. Thoma, Sie müssen jetzt, sollten was sagen. Ja, es ist eine tolle Ausstrahlung und eine sehr, sehr schöne Stimme. Also ich glaube, es ist eine sehr gute Kombination. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Da war alles drin in der Nummer, ne? Ja, alles. Und wenn man überlegt, dass ich schon 150 Gesangstasse in meiner Samstagabend-Show hatte, die nur Leute imitieren. Sie macht es mit der eigenen Stimme. Ich finde es sensationell. Die Adresse für alle Schallkartenproduzenten gehen wir weiter. Sandy Ritz! Ja, alles. Vielen Dank.